Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, die Gruppe hat sich in zwei Teile aufge- spalten. Wir sind sozusagen die Nachhut und wir sind von hier gekommen, von der Ruine Raueneck. Und hier ist eine ganz interessante Felsformation, ich möchte aber nicht die Gruppe jetzt direkt filmen, sondern mache hier mal kurz Halt oder geht ein bisschen herum. Und wir gehen dann in dieser Richtung weiter, der Schwächert entlang. Ende Ach ja, und ich wollte noch eines dazu sagen, das hier ist uraltes Repto-Territorium. Ende